Kurzlösung, nein, Dachboden. Ne, keine Ahnung, im Internet steht nicht wirklich was, ich will halt jetzt auch nichts lesen von unseren Guides, nachher steht da halt nur drin, wie man das eigentlich macht, aber nicht, ob das nicht wählen muss oder wie man dann, ja, wie wählt man das, ach, weiß nicht, ich hab die Idee, so, pass auf, ich hab die Idee, ich muss jetzt die Kontrolle haben. Ja, Outfix live, live im Stream. Hier geht auch erzweilig, what the fuck. Es geht nicht, es geht auch hier nicht. Bin ich lost oder, ich drücke ja R2 jetzt hier. Guck, hier muss man ja auch R2 drücken, um zu werfen. Es gibt halt auch keine Stelle, wo man sich verstecken könnte. Ne. Sieht gerade aus, irgendwo ein weitergeschafft. Das ist auch so ein Trial and Error, das könnte ja jetzt ewig dauern. Was ist jetzt? Yes. Wer macht der da eine gewisse Höhe? Laufen. Bitte? Rückwärts dich hinstellen. Ne. Ja. Die Idee war gut, aber leider nicht. Und da das mit deinem Singen auch nicht klappt, als Gegenspieler... Warte. Wie, wie, wie kommt man dann hier weiter? Das ist eine liebe Kette. Okay, springe auf keinen Fall. Okay, warte mal. Kann es denn, dass wenn man hier rollt... Nee, wenn man rollt, wird man auch getroffen. Ja. Und das Ducken ging ja auch nicht, ne? Nee, Ducken ging auch nicht. Okay, warte mal. Kann man da abkürzen. Kann man sich hier so... Ah, man kann ja auch nicht an den Wänden so hin und her springen, sonst könnte man sich da mal runterlassen. Dann kommt halt nie weiter bis da vorne. Weil das wurde mir auch schon vorgeschlagen, mit It Takes Toonschildblock funktioniert nicht. Wurde mir vorgeschlagen, als ich das eingegeben habe, witzigerweise. Kann man die Mission an der Stelle nochmal neu laden? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube nicht. Ja, wir können ja jetzt nicht die ganze Mission, also können wir schon, aber ist ja Quatsch, weil in der Stelle kann das ja jetzt nochmal passieren. Wann wurde denn das letzte Mal gespeichert? Sonst müssen wir halt tatsächlich nochmal irgendeinen Teil wieder machen. Ja, aber... Das davor war jetzt alles nicht so schwer. Genau. Andere Spieler, die Sitzung verlassen. Ja, dass das jetzt nicht geklappt hat, ist schon komisch. Ja. Ah, Online-Spiel. Die Sitzung. Das ist auf jeden Fall wirklich eins der Spiele, die mich am meisten überrascht haben. Ja, Dachboden, Bühnentechniker haben wir gemacht. Oder auch? Dann würde jetzt die Symphonie kommen. Äh, das kommt dann direkt dahinter, oder wie? In der Probe sind wir jetzt wahrscheinlich noch drin. Sollen wir die nochmal machen? Gab's da irgendwas Schwieriges, oder wo startet denn die Probe, ist die Frage. Einmal mal gucken. Starten Sie einfach mal. Ja, halt sehr, nicht so schlimm. Selbst wenn. Nee, das... Wenn's dann jetzt vielleicht geht. Vielleicht bist du überfragt, wo wir hier sind. Ich bin ein super Held mit Becken. Warum hab ich kein Schild bekommen? Lol, hier sind wir. Krass. Oh, ich würde jederzeit tauschen. Okay. Deine Stimme ist... Ganz am Anfang, im Kürzen. Ja. Und ich bin schon wieder das zweite Mal daneben gesprungen. Okay, jetzt funktioniert das mit dem Block einwandfrei. Das hat die ganze Zeit gut funktioniert, aber wieso da nicht? Einfach kaputt. Naja, das kennen wir ja auch alles jetzt, ne? Das Gesinge hört sich so ein bisschen an wie von Witcher 3, die Musik. Von ihr. Ja. Finde ich. Witcher 3 ist auch so ein schönes Spiel. Das sind Koop oder so, ne? Boah, ich würde so hart fallen. Vielleicht gibt's mittlerweile da einen Koop-Modus. Wie bei Aiden Ring, da ist ja auch nicht normal, da könnt ihr eigentlich nicht im Koop spielen. Oh. Ah. Ich erinnere. Au. Ja. Ja. Irgendwie die Jukebox für alle. Mit der Lichtgebermusik. Der lizenzfreien Musik, die keiner kennt. Ja, ja. Opa, wenn du mich hörst, ich verspreche, sie nicht zu zerstören. Wow. Nett. Wichtiger Trumpscare. Der Lautsprecher hat eine Antenne. Ich wette, er ist mit deinem Mikrofon verbunden. Wuh! Dann bräuch ich etwas warmes Wasser mit Bonen. Yo. Hast dir die Hand wie groß das Ding ist? Mach deinen Ohren auf Cody. Ich komm schon klar. Mach mal jetzt. Ah, okay, das ist einfach auch nicht strong. Aber nicht so strong, wie wenn ich das ganz aufgedreht habe. Ich bin jetzt zurück in die Zukunft. Mit Marty McFly, dass alles komplett aufgeht. Und die Musiker. Und die Musiker, weißt du es? Weißt du, wie einwandfrei das jetzt funktioniert? Oh, zurück. Zack, du wärst direkt gestorben. Das. Ja, okay. Wieder ganz viel COD. Ja, jetzt D. C. Zweimal D. Jetzt zweimal A. Nee. Aus irgendeinem Grund bin ich zu weit. Ja, nochmal A. Ich hab doch... Ich hab doch links drüber drückt. Oh, ich dachte, du musst das jetzt erstmal wieder hier rüberziehen. Okay. Was war's? 10. Ah, ja. Genau. Dann zweimal D. Nee, nur einmal, oder? Ist eigentlich egal. So oder so muss er jetzt dann dreimal D machen. Oder zweimal. Zweimal. Und jetzt A. Nee, das reicht noch nicht. Du musst noch einmal D machen. Dann jetzt einmal A. Dann einmal B. Dann A. D. A. Ja, das reicht schon. Scheiße. Ich weiß nicht, dass sie nicht wieder ranfahren. Äh, stuck an der Kante. Da wollte er nicht hoch. Nice. Gut gemacht, Cody. Danke, Captain. Weißt du, was wir gleich nochmal machen müssen? Hier drüben, May! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenigstens ist das nicht mit dem Bild. Nein, die sind definitiv echt. Ho ho, hast du das gehört? Ich bin ein kleiner Komponist. Klar. Ein Meisterwerk komponiert von einem kleinen Lebklumpen. Ich bin ein Meisterwerk komponiert von einem Kantebäbha. Ich bin ein Meisterwerk komponiert von einem Kantebäbha. Oh Gott, ja. Das ist von alter Kassettenrekorder! Ich sehe es wohl! Die Jungen gegen Welle schütteln! Hörst du sie auf dem Bett! Ach, halt die Klappe! Let's go! Nein, 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 nein! Halt dich fest! Dann müssen wir das ja auch mit diesen Lichtern machen, was so ganz furchtbar war. Ja. Das und, oh ne. Oh ne. Das ist ja das. Oh ne. Alles klar! Bist du sicher? Oh ne. Ich weiß, wie man Knöpfe dreht. Ups. So kann man das Spiel auch in die Länge ziehen. Boah. Boah. Das war natürlich gekonnt. Boah. Das hier ist viel schlimmer. Boah. Belange habe ich jetzt mal Geld bekommen. Wie viel schlimmer. Aber jetzt haben wir da Übung drin. Okay. Ich glaube nicht, dass uns das was bringt. Doch, doch, wir haben ja jetzt Übungen drin, das bringt uns jetzt voll viel. Ja. Na. Oh, ich bin wieder vom Vater. dann kommst du ganz entspannen ja wir kriegen das schon hin wäre so beim letzten mal irgendwie geschafft da kommst du wieder von oben wenn du so weit hoch geht ich kann ja nicht anders also wie soll ich sonst machen dann müsstest du irgendwie früher springen können oder so das fährt ja auch war alleine immer weiter hoch an der stelle ich kann ja leider nicht kontrollieren wann wo was ich war dieses ding das hat genauso ist das gegenteil von gegenüber also soweit ich zum voten kommen ist das umgekehrt worden die ganze zeit das ist das schnippe ja daran ach so oh gott rein was mach ich oh gott das ist das was ich meine so das rote heute hochgefahren das glaube ich heute runter mit hier zu steuern so falsche richtung Scheiße, Mann! Oh, geil! Oh! Jetzt müssen wir in die richtige Richtung rausholen. Ah! Oh Gott, oh Gott! Schneller geschafft wie beim letzten Mal! Jetzt ist nochmal, ich wäre so sauber, was ein Felgen... Ja, das Schlimme ist, wenn wir das jetzt nicht nochmal schaffen, dann müssen wir das wieder skippen. Wir müssen gar nicht, was da passiert halt hier drüber. An der Stelle. Nice. So. Aber das hier ist wirklich mit Abschauen das Schlimmste, jetzt wieder alles einfach. Ja, alles einfach. Ah, Glück gehabt. Endlich. So schnell hingekommen haben. Ist das ein Mikrofon? Glaube schon. Du sagst, wir brauchen Mikros für die Bühne. Äh. Achso. Wir haben nichts gesehen wegen dem Nebel. Ich bin runtergefallen. Sehr gut. Da war noch die Hitbox von diesem Mikrofon. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ah, stimmt. Geil. Nee, nee, die Konzentration ist ganz oben. Ich bin runtergefallen. Tschö. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Das ist ein Mikrofon. Sehr gut. Ach man, das passiert uns jedes Mal. Das ist ja gar keine Box. Ich stelle mich da immer drauf, wenn ich dachte, das wäre eine Box. So. Seng. Easy. Wow! Was war das? Schnell Cody, schnell! An dieser Stelle kann ich mich leider nicht da genommen. Ist der denn direkt gestorben geworden oder nicht? Wie stört mich denn da am Anfang immer gleich? Weiß ich nicht, irgendwie... Kannst ja auch nichts sagen, tatsächlich. Gut, ich verliere mich aber auch ständig, also... Denk. Das ist ein Todesricht! Halte durch, Superheld! Ich werde schon wieder jagen, Bro, hätte ich es in der Bank vorgeschoben. Macht nichts. Nichts, nix, nix! Ach. Okay. Ich hab ein Atem-Dings! Oh. Ich hab ein Atem-Dings! Oh. Ich hab ein Atem-Dings! Oh. Ich hab ein Atem-Dings! Nein! Ich hab das an引"-Dings! Biss! Vierge! U-Deat! Ist das tot? Oh, nice. Kann ganz schön viel Wert sein, die Mikrofone, ne? Ja. Oh, hey. Mit sowas habe ich gespielt, als ich noch klein war. Ach ja? Dann zeig, was du drauf hast. Versuch das auch mal. Es macht Spaß, zusammen Musik zu machen. Alles klar. Schreiben wir einen Hit, yo? Yo. Habe wir das gleich ein bisschen hören müssen. Oh. 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 Oh Gott. Ach rührt mich. das auch was habe ich gemacht ja passt schon so dass auch wundervoll wunderschön wir haben halt die töne wahrscheinlich von allen perfekt zusammengemischt genommen und lassen das hier übergehen einfach da rein das an der spot da ist nur für dich nein danke auch komm schon du hast einen platz im rampenlicht verdient ohne spaß wenn meine frau möchtest du das essen oder maybe lieber das meine 15 minuten ja ja den ganzen tag ich kann nicht sehen es geht sogar was schaden angeht und ich glaube ich krieg's im pfeil du mich wieder anleuchtest zwei lichter sicher dass du das schaffst es lässt sich mit der maus auch so schlecht steuern ja das ist auch so übel hakelig aus also es ist wirklich nicht sehr angenehm das ist aber selten dass bei denen etwas nicht angenehm programmiert ist oder eingestellt ist links war grün rechts war rot meine ich das heißt ja und jetzt gehst du mit rot rechts rüber und kommst du links direkt an oben also erst mal rot mit rot rüber ja oder so genau jetzt warten du darfst dich nur einmal dashen ja ja